und herzlich willkommen in seiner weiteren runde bad boys heute mal wieder farmland mit dem lieben wie hoch willst du noch also du kannst auch gerne jungen geh weg, tschüss Leute Kottie 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 Icarus 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 jo der typ ist auf jeden fall geil der med immer die double hits drückt ja ja, übrigens eine kohle zu tun, sondern... guck dir das an, warte ich, ich hab hier, äh, ich hab Icarus Icarus, ich hab Icarus, ich hab Icarus weil, wenn man zwischen die nach unten guckt und die Blöcke in die Hand nimmst, drrrr ja, ich dachte... ...Internet so... Steve, hi! ich dachte halt im Internet Hi Steve, hii Ach Digga Nein, nein Steve, was ist das? Er belästigt halt immer noch die Steves, alter Er ist halt immer noch so wie damals Oh ne, ist der lecker für mich War gerade so gleich behindert Und dann hat er so War so eine Kaffe Junge, alter, fick die Henne, ey Klaut mir jetzt nicht zum ersten Mal im Kä.. Oh Leute, ich hätte mich fast selber mit dem Gleichmittel-Trick reingelegt Ey, der leckt Er towert sich halt einfach mit dem Eisenblock vom Bett Echt, ich baue es mit der Hand ab Warte, ich baue es mit der Hand ab Ich baue es mit der Hand ab, ok Kommst du dir jetzt? Oh, warte, wir müssen jetzt wieder Warte, warte, Zitat Wird das wieder ein Gleichmittel-Farmblend Rasch Ok, jetzt werde ich nur live geschlagen Darum brauchst du denn noch, Junge? Ich baue es mit der Hand ab Ich kann noch Betfuckern machen Deine direkt So, ich hab den Eisenblock abgebaut Der wurde zurückgebackt Du bist so ein böser Mensch Mit safe, alles nicht safe Puh Gotti, ich konnte mich rausschneiden Ob ich das gesagt hab, ok, ok Wenn ich, ich weiß ja jetzt wo du wohnst Jaaaah Gotti, äh Gotti, ich sag's, ok Ja mach, du sagst es ähnlich von daher Ich sag's Ey, grün ist einfach nur einer Er wohnt in Afrika Woher weißt du das alter Fuck Leute, ich muss meinen Kanal schließen Ey, der grüne weißt wo der den Eisenblock geplaced hat Im, in Bettenraum Im Bettenraum Im Bettenraum Er placed aber den Eisenblock im Bettenraum Von unten Vorm Bett Es war Party So Äh Logisch Logisch Iiii Ja, wir sind drin, verschiedene Teams Wir sind drin, verschiedene Teams Willkommen zur zweiten Runde Gegen den Chat F95 und als Speck Und Tippgeber Natürlich wie immer Nutzlos Wui Äh Ich bin halt alleine Danke Gott Der lebt noch Du Fotze Ich hatte Ich hatte ein Herzmann Ich hab die Mitte komplett gecleant Alleine Kommt mein Mate Lässt ihn einfach am Leben Und er killt mich Sounds logic Ich sag's dir alter Diese Randys Was sagst du's Digga jetzt hast du mich geflasht alter Jetzt weiß ich nicht was ich antworten soll Simon 2806 Youtube Bitte alle abonnieren App raus Gib auf eure Unterstützung Alter Maul Lässt mal deabonnieren Leute Falls ihr ihn abonniert habt Nein Nein Du bekommst morgen das Geld okay 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 Äh Shit Ne Shit Ähm Cotty kommt Halt deinen Maul Nein Geh weg Cotty Danke Gott Kannst mich aber auch mal in Ruhe lassen Nein 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 Lass mich Please Don't fuck my life I fucked your life Wuiuiuiuii Nein 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 Der Abo incoming Würde ich mal sagen Danke Gott Also ich hätte Cotty easy gemacht Halt deinen Maul Nein Spass Kotty Du hast aber gar nicht so ein schlechtes Team Was ist da? Der Sound ist so laut Was hab ich nicht? Du hast gar nicht so ein schlechtes Team Ich weiß Meiner Auch meiner Mö Mö Ich stopp alles ab Alles klar Alles klar Alles klar Da hat der Renni mich gefickt Geh zu dem Geh Zweite Runde natürlich wieder am Start Ah